Heute fand der 40. Rhein-Ruhr-Marathon statt und der Wetterbericht hat bis zu 30 Grad angesagt. Das hat man unterwegs auch gemerkt. Auf der Strecke erwartet uns auch wieder ein richtig tolles Programm. So, nun geht's auch schon los. Hier passieren wir auch schon das Theater von Duisburg. Und was die Veranstalter richtig gut gemacht haben, ist, dass es alle paar Kilometer eine Verpflegungsstelle gab mit Wasser, isotonischen Getränken und Cola. Oh, was wir sehen, wir halten einfach das, was wir zusammen tun. Herzlich willkommen! Hallo, buddy! Hallo! 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 Und jetzt laufen wir auch schon ins Stadion ein, was für die Läufer natürlich nochmal ein richtiges Highlight war. Und weil es so schön war, zeige ich nochmal einen Rundumblick, damit man einmal das ganze Stadion sieht.